Da sind Löcher in seiner Geschichte so groß wie der Todesstern. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Also, das weißt du über Clayton. Alles, was sie wissen wollen. Aber jedes Detail ist wichtig. In der echten Welt war ich eine Null unter Einsen. Was bist denn du für ein Vogel? Aber im Netz gehörte ich dazu. Hacken ist wie zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. Die Fahrscheine, bitte. Max war das komplette Gegenteil von mir. Souverän, charismatisch, ein Gewinner. Man darf sich nicht hinter seinem Rechner verstecken. Größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Jetzt machen wir eine Aktion, die Ahnung ist tot. Der BND. Aber alles hat eine Konsequenz. Und ich soll es euch beweisen. Fuck! Die wissen, wer ich bin. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Da sind Löcher in seiner Geschichte so groß wie der Todesstelle. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Also? Das weißt du über Clayton. Alles, was sie wissen wollen. Aber jedes Detail ist wichtig. In der echten Welt war ich eine Null und der Einsen. Was bist denn du für ein Vogel? Aber im Netz gehörte ich dazu. Hacken ist wie zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. Die Fahrscheine, bitte. Max war das komplette Gegenteil von mir. Souverän, charismatisch. Gewinner. Man darf sich nicht unter seinem Rechner verstecken. Die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Auf dich! Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Jetzt machen wir das schon, wie alles hofft. Der BND. Aber alles hat eine Konsequenz. Und ich wollte es euch beweisen. Fuck! Die wissen, wer ich bin. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit.